Oh Gott, it's all. Es gibt noch mehr. Well, he didn't get out with Kawhi's body. No cars have gotten in or out of here since we showed up. Just find the body. We can deal with Kuwana later. Souma-san! Come check it out. Kawhi's body. Sir, I think we found it. Do you see? You can do anything if you put your mind to it. Yo, how are we doing? Sir, I'm the one who found him. We were just about to pull him out. He's so fucking nasty. Good. Get this thing out of here. I've got a buyer ready to pay quite a premium. Good job, everybody. It's Kuwana. You thought you could hide? Show yourself. Don't you want to try to negotiate? You call this a negotiation? You don't bring a gun to a ceasefire. You've led us on a hell of a wild chase, Souma. Well, then. How many mice do we have in the maze? One appears. The weakest dies first. That fucking hurt! I'm gonna fucking kick this little wimp's ass! You calling me a wimp, asshole? Out of my fucking way! You made it out alive, Yagami. So, is all this playing out exactly as you planned? If we can catch this murderer here and put him in chains, then I'd say we're off to a good start. That's hypocritical, isn't it? You say I'm a killer? What's your body count up to? I'm just a former Japanese teacher. Sounds to me like you've got it all wrong. Well, doesn't that figure? The only teacher I ever hated was in my high school Japanese class. Souma. I don't know if I've ever met a more twisted piece of shit. Undercover agent or whatever. You've crossed the line without giving a damn. Undercover agent? My men don't need to hear this shit. Sawasensei died in your hands. You deserve what's coming. I'm afraid that's what you say when you have the upper hand. Guys, turn it on. Now it's time to give them hell. Okay. They're going down. Oh, yeah. Dude, how much does he actually have the AK? Okay, let's get this over here. Oh, I'm just not sure that everyone can win. Oh, no, 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 I'd rather... ... the Werbung would rather come to the right side, right? Oh. war schloch wird ja nicht ein sehr gut, haut schon auf Kusama, äh, Soma rauf ne blaue Linie ist schon mal weg ach, hier ist aber nicht mal ne lila hinvor ein ja, ich kann mich nicht weg klar ja 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 machen dann in den ex haben wir hier also sind dann den ex niemand und vielleicht ein paar tost und so warte mal genau das genau sehr schön los geht es jo ok ein führter karl 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 ok wenn wir jetzt darüber aufgehört haben mit energie oder mann online wird dann nur noch mehr ja du mit deinem blöden bauchtrick nein der hat noch mehr energie ist ja noch ekliger ok die erste runde ist schon mal fertig ja ok da muss ich mir recht geben das ist echt aber gut das passt so man da war ja ja bitte jaja jetzt macht ihr sicher im bauchtrick oder ich kann ja jetzt mal den bauch rein oh gott ok die ist fertig die energie ok das war sehr gut da waren gute moves dabei ja sehr gut aber noch blau ja bitte ja aber wenn wir jetzt bei jahr da muss man und der folge gibt also auch weil ich würde immer noch nein also oft ist gut die ganze zeit oder was nein Nein toll toll super scheiße jetzt aber die habe ich einen Verbandskasten was gibt ihm im Spiel ja klein wenn er sich runterprügelt Ja, Mann, jetzt geht's nicht mehr. Also, es ist kein... Ich glaube, es ist ein Dauerhafter-Effektorfer. Was?! Ja, bitte! Bitte! Komm, Alter. Oh, ne, muss ich wieder aufpassen. Wenn ich jetzt auf Verlierer dann... Alter, das Spiel ist ja gleich. Alter Schwede. Überhaupt nicht mehr Schweden. Ich kenne hier noch guten Viertel Energie. Da kaut ich mir komplett weg, geil. Aber wo wir schon so weit waren. Oh Gott. Na Gott. Oh, ey. Okay, wir doch ein bisschen... Aua! Ja, ich weiß, du bist du Arschloch. Komm her, du! Dich kill ich! Oh, so mal, da der sich hart. Aber gut, jetzt passt er zu ihm, ne? Leider. Aber egal. Dann haben wir die... Okay, weiß haben wir fertig, oder grau. Jetzt kommt Lida. Okay. Obwohl ist er halt eher ein Dosa, ne? Ja, Lida ist auch nicht so weit. Oh, ja, sehr gut. Haben wir... Komm, dann bin ich fertig. Mach Lida durch, komm. Ja. Ja. Sehr wichtig. Und die Gegend an der Dame. Na. Natürlich. Und wir... Wir werden einnehmen. Erstmal den hier. Wir werden einnehmen. Sofort. Nimm als ein. Oh, du, eh. Muss ich auch passen. Nimm mal so, ne? Ja, hier, hier, hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. viel schneller war ich jetzt mal auch nicht. Ja gut, aber der sieht sich gut aus. Cool, es saß ja eben auch, ne. Äh, gut. Damit ist geht, damit ist Lila weg. Lila haben wir auch schon geschafft. Sehr gut. Wir arbeiten durch die Farben, ne. Wir arbeiten durch alle Farben. So, jetzt noch zwei Energieleisten, oder? Der Summ-starken Gegner. Yo. Wichtig. Oh Gott, okay, nehmen wir es ein. Okay, das riskier ich nicht. Wir haben es, äh, wow, Alter, das war gut. Das war ein saukrasser Fehler von ihm gerade. Ich möchte, jetzt muss ich gewinnen. Jetzt kriege ich nochmal eins. Oh, ja, klar, weil ich stehe vor ihm. Er kann mich jedes Mal treffen. Okay, was dann wollen wir jetzt machen? Genau, mache ich jetzt das. Dann hole ich mir jetzt mal so einen Gegner. Äh. Ja, ich war schon, ich bin doch gleich weggerannt. Oh, Alter, ist der. Ja, wirklich verarschen. Trämmen wir hier auch was. Ich krieg keinen Rot. Ähm. Was macht's? Okay, egal. Das haben wir gleich hat ihn. Pay attention. Nein. Oh, nee, jetzt komm ich mir, oh nein. Jetzt kommt so eine Schöpfung. Gott sei Dank. Was? Nein. Ja, ich muss alles nochmal machen. Oh, nur weil ich die, Junge. Oh, wir gehen hier blöden Scheiß da jetzt. Boah, Alter. Ich will nicht verarschen, du willst nicht verarschen. Oh, mein Gott, okay. Ich muss echt auch bei den Schöpfchen weitergesehen. Das ist eine Katzenkarte, sonst kommt, oh Gott. Oh, nein. Big Kevin, event. Oh, geil. Ich wollte auch gar nicht, ich wollte wegrennen. Na, das hat mich jetzt sicher, wenn du mich voll in den Schöpfchen brauchst. Geil, egal. Sehr gut, jetzt sind wir gleich wieder fertig. Klar, es sind noch nur zwei, drei Schläge, die ich brauche, aber die kriege ich jetzt nicht. Ich muss jetzt aber schaffen. Sonst können wir ja ein Schalt nochmal machen. Das wäre so, das wäre jetzt so ärgerlich. Ich muss da nicht Katzen kommen. Hat sie? Nein. Hier hat sie. Okay, können wir auch gucken. Sehr gut. Wir haben ihn. Gott sei Dank. Alter Schwede. Blaschloch. Die nächsten Mal, wenn du deine Augen öffnest wirst, wirst du allein sein, ohne die Schmerzen, um dich zu retten. Bondo II wird dich abhörst, zu deinem Gehirn. Das ist... ... zu hell, mit dem Verbrauch ist notwendig für Ordnung. Du hast dich verletzt, für den restlichen Leben. All das ist left zu tun, ist zu verletzieren. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Oh, what the fuck?! I can't keep track of how many times this guy has changed sides. As long as Kawai's body exists, Kusumoto-san will never be free. So I'll make sure it's never found again. You guys might want to consider stepping out. Kiwana, du kannst es nicht tun. Aber ich kann. Das war immer der Begründung. Wenn ihr hier nicht gemacht habt, ich würde den Körper und Soma in einem Schuss schrauben. Aber trotzdem, wenn Soma stirbt, ich werde niemals auf derjenige, und Kusumoto-san wird niemals frei von diesen verdammten Schacklen. Kusumoto-san muss sich selbst in schrauben. Wenn sie immer versucht, sie versuchen zu schrauben von all dies, sie wird schrauben von ihrer Vergangenheit, woher sie geht. Sie würde lieber sie tragen die Schöne für den Rest ihrer Leben, als sie sich selbst. Denn nach heute, sie wird nicht mehr da sein, zu helfen. Sie müssen weg. Sie wird weg. Von hier aus, Sie müssen in den Schatten leben leben. Wenn sie sich selbst in schrauben, sie wird niemals wieder sehen, zu sehen Mitsuru. Sie wird wieder weg. Unsere Sonne ist endlich awake, nach 13 Jahren in einer Koma. Sie werden sie weg, wie es dir ist? Ich will nichts mehr, als für alle, die in der Rolle zu bekommen, ein glückliches Ende. Aber trotzdem, wenn ich mich zurück auf sie jetzt schrauben, die Sawa-sensei-sacrifice wird eine Führung. Das wird nicht funktionieren. Sie kann nicht sagen, ihre Frieden ohne eine Sprache. Also, wenn ich mich nicht für sie nicht, dann ist es, was der Justiz ist? Okay. Ich werde nur den Button. Alle in hier können sich in der Hölle zu schrauben. Sie werden das wirklich tun? Wenn Sie das wirklich tun? Wenn Sie nicht zurückkommen, dann werde ich. Sie wissen, wie viele Menschen ich durch die Jahre habe. Nein. Ja. Aber wenn Sie wirklich so sind, dann hätten wir hier Sie wären nicht derjenige Person, zu retten. Das ist meine Kampf, Leute. Die Weise, ich sehe das, Sie und Kuahner haben beide Ihre Grunde. Es gibt etwas, aber zwischen den beiden ist es wirklich eine richtige Antwort. Ist es wirklich eine richtige Antwort? Das ist nicht das ist das das ist das das ist das das ist das Endbots. Das ist das der Endbots. Oh ne, du hast nicht auch 1000 oder 1000 Milliarden. Yo. Hau mir jetzt den Rallye Fretter rein. Das war jetzt polemisch gemeint. war keine Aufforderung Eier können euch helfen, wir sind nicht sicher Eier guck mal, sogar voll verflügelt wird geil Oh mein Gott, der dir auch noch mal so viel Energie Alter, als ob das jetzt, Alter Wie viel Boss geht, naja Das ist ja ein Finale, Alter Da ist, da ist das erste Finale, nichts gegen, wo man nur gegen den Maulwurf, glaube ich, käme sie Da bin Maulwurf ein bisschen, glaube ich, in die Polizei Dagegen, ja, gegen die Polizei Na, komm mal her Online-Bizzer Ja, du kannst auch noch hochspringen, sehr schön Schule Fähigkeit Ja, aufpassen Hingucken, nicht Okay Okay Tritt mal gegen Dolz, übergehen die Poiletten Käsefuß Der Altbekannte Ja Und mein Käsefuß haben Er verliert dabei kein Stück Energie, natürlich Er ist Käsefüße-Muh Warte, die Feuerwehr habe ich mitgenommen Ähm, ja Ne, warte Ja, komm Wenn er jetzt wieder aufstehen würde, ne Wenn er jetzt an ihm vorbeirennen würde, ne Wenn er Dinge tun würde, könnte ich auch Dinge tun Ja, warte, ne Komm, komm, mit da her, komm Ja, ich komm Warte, hier Ich bleib wieder hinlegen Arschloch Er willenskämpfen mit Dingen mit Fäusten Ja, okay Oh mein Gott, ich werde hier zusammengeschlagen Und geprügelt Und ich weiß nicht was Und Ah, ist halt nicht auszuhalten War das denn Als ob er nebengetreten hat Als ob das daneben war War ein Millimeter Ja, machen wir jetzt hier Millimeter arbeiten oder was Oh Leute Leck mich doch à la marche Oh Gott, okay Da Der Klaus schon weg Oh, der Klaus ist tot Von hier Wie, wo, dann nochmal was was weiß ich DoN Für den Glück, der Margen begrenzt Oder so Ey, das wäre doch niedlich, ne Äh, ja Die kämpfe sind gerade Ey, ja, so hart, ey Damals, ich fand das beide gut zu ein Sud Ähh, der Dutchman 1 Und da so geil wie realistisch so halbwegs die Kiel Das nimmt Aber hier am Dermann am Ende gesprengt Typisch Rio Garbutton Es ist ein Teil, in ein Spiel So ist halt wie Was, ja Ja, gut, das sind ja neue Gegnermengen, die kann ich mir sogar furcht. Heimzaft? Really? Ah, okay. Blau ist auch weg, ja nur noch gelb und orange. Oh, oh Gott. Ja, ich hab die aber auch getroffen. Wir haben noch gelb und orange, aber wir haben die am Flech, oder? Er kann wieder was essen. Ey, der ist da hart. Ja, gut, aber reicht das ja auch, ne? Muss, 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 muss einfach Leute. Oh, keine Wahl. Ja, die haben wir noch eine Plette, ne? Die Pferde ist Glück, sage ich immer. Nö, 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 nö. Ich hab mir gar ausgedacht. Okay, Leute, wir haben orange, wir haben orange, wir haben gelb fertig. mit dem, wenn's das hier, hauen jetzt übrigens in Frette und hoffen, dass es langsam reicht. Es sind, glaube ich, noch wenige Schritte. Wir hoffen. Wir hoffen und die, ja, bitte, Alter, also, ob wir... Nimm was! Nimm was! Nimm was ein! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt, jetzt ist aber hier, jetzt ist aber hier, äh, richtiger Notstand, Alter. Komm, gibts her! Okay, jetzt kommt bestimmt wieder... Was ist denn F5? Was ist das denn für eine Taste? Hä? Hä? No! Nette... Ja, es ist die Taste. Oh Gott, ja, bitte, nimm doch nicht so eine Scheißtaste. Als ob, Alter. Jetzt nimmt die natürlich die Taste, das ist nicht mal aus Fünf. Ich glaub, ich hab, das ist die obere. Oh. Alter, wer denkt, indem ich bitte... Also, bitte nicht auf normale Tasten. Oh. Oh, Leute, ich liebe erst ein Quicktime Event, du fragst. Wißt du das? Maus Fünf, also, jetzt ist immer Maus Fünf. Wer ist denn auf Maus Fünf? Stimmt das hier? Stimmt das hier auf Maus Fünf? Ich hab eine Sache auf Maus Fünf gelegt. Es kam übrigens auch nie zur Sprache, übrigens, ne? Wollte ich mal gedacht haben. Ja. Ja. Er hört auch gar nicht mal auf, ne? Na ja. Ja. Oh, Alter, Maus Fünf, Alter. Nimm doch mal alle Tasten. Was kommt jetzt? Ja! 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 Wollte, jetzt ist er vorbei, oder? Nein! Tritt rein, er tritt gleich noch mal zu! Da wird mir für sicher gehen! Ja! 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 Das war auch in der Verdunste Mungen. Ja! Ja! Das ist Moro-san. Kitakata-sensei! I couldn't... I couldn't protect you. I couldn't even protect your secret. Please lift up your eyes. I saw that picture you posted of Kawai's dead face. I took a hard look. This was the man I killed. I saw the pain in his propulsive face. I saw the consequences of my actions. Sawai-san never should have been dragged into this. I saw how I betrayed and abandoned you too. Kusumara-san. I've been... frightened ever since. I was scared Mitsuru would find out the truth. I was worried he would discover his mother was a monster. And for you as well, sensei. You carried it for me. You clung to such a dark secret. I made you do this for so long. I never should have gone through with it. And I won't let you bear the burden of my mistake anymore. That's why I've decided. I'm going to turn myself in. I have some bad news for you, Mitsuru. Your mother... Won't be coming home for a while. It's not work. But... I feel I should warn you. I'm going to be placing a burden on your shoulders. I'm so sorry. Mitsuru? Please, don't worry, Mom. If anything, I should be the one worrying about you. Huh? I could tell something was bothering you. You've been hiding a problem for a while, haven't you? I'm sure it's been hard. Especially... Considering what a burden I've been. No. That's not it at all. Don't worry, Mom. I... I more or less already know. In fact, let me tell you. I was doing physical therapy earlier, and I managed to take a few steps. For the first time in 13 years. That's... Wonderful. It didn't feel like much, really. But still... You know what the doctor said? That if I keep at it, I'll be able to stand on my own two feet. And then I'll be able to walk again pretty soon. When that time comes... I'll be there for you. It'll finally be my turn to support you. So please don't worry about me, Mom. Don't let me hold you back. Go do whatever it is you have to do. I'll be waiting. I'm sorry, Mitsuru. Thank you. Enter. I don't recall having an appointment with any prosecutors today. Are you familiar with Kazuki Soma of RK? Public Security's Inside Man. He infiltrated the Kamurocho underworld on assignment. As you're aware, he got caught up in some illicit activity. You knew this, yet somehow his actions stayed off the record. Whatever you're talking about, I have no idea, son. Just so you know, Soma's been arrested by Kanagawa police. The investigation is ongoing. He's the primed suspect in the murder of Yokosawa in her Yokohama home. It's our suspicion that he was acting on the orders he received from you, and that would make you complicit in her death. You wanted to manipulate Reiko Kusumoto, and so you stooped to blackmail. Let me guess why you're here. You want to put all of this out in the open? If it means exposing the truth, certainly. You want to burn down Japan? This is bigger than me. It could go all the way up the chain. People of power nationwide would be dragged into your scandal. And some of those people might even be the superiors cutting your paychecks. Yup. But the bureaucracy isn't the monolith you think it is. The more political power you wield, the more enemies you have waiting in the shadows for the opportune moment to strike. We've met with them, and we have their full cooperation on this. As a result, Soho-san's security footage has been recovered. It had mysteriously gone missing when the investigation was opened. Upon further review, Kazuki Soma is clearly visible in it. Who would have the authority to order that evidence to be locked away? That would be you, Bondo-san. For my part, I did the things I thought were necessary. I'm trying to maintain order. It's not hyperbole that I've saved us. My actions. So if you intend to drag me through the mud, I'll see you in court. So we will. That said, we got this far because those detectives persevered. So I wouldn't expect the prosecution to drop the ball now. Hmm. We only got this far because those detectives persevered. Oh yeah. Wouldn't have expected that from Takano. Much less about Yagami. Yes. But Mafuyu said she overheard it herself. He did really say it. In the meantime, Ehara-san has been charged for Mikoshiba's murder. And Reiko Kusamoto for Shinya Kawai's death too. Both of them are fully cooperating with the investigation. Well, I suppose that ties everything up with a bow. Except for Kawana. Yes. Kawana's still missing. He's the last of the loose ends. Hmm. So he is. You think he's still out there? Would he risk his life to keep hunting down and killing bullies? Well, I have my doubts about that. Yagami-san believes he can turn over a new leaf. Ah, some things never really change, do they? This place is still filthy. Ha, squeaky and clean isn't gonna work for everyone. That's all a matter of taste. I'd say this place just has flavor. You brought some snacks? Yeah. We stopped at the convenience store around the corner on the way here. Come on, talk. You don't wanna be you treating the boys. Bring in some sushi to show them how generous you are. Oh, should I now? Well, I'm already way ahead of you. Yo! Did someone order some sushi? Only the best for you guys. Courtesy of Yagami Detective Agency. So? Ha! Good shit, man. You are a true gentleman. Huh? Hey. What the fuck? There's avocado on this shit. Where the hell did you get this from? Hanaki, if you don't like it, you don't have to eat it. In fact, that just leaves more for me. Fine. Then I can chew. In salmon road. Hey, save me the tamago. As long as I got my egg, I'm good. Who goes for the egg? I'll leave Kawaii's body with you. The cops can have him. But then I'm out. I gotta disappear for a while. I'll fade back into the shadows. Like hell, man. If he's arrested, public security would have his head. They'd charge him with the one murder he didn't commit. Sawa sensei wouldn't get the justice she deserves. And worse, they'd find a way to silence him. Besides, you don't have any proof that I'm even guilty. Anything they could charge me for would never stick. Just what are you getting at? You said yourself that you spent the last several years taking out bullies all over the country. That's gotta count for something. I never left a single shred of evidence behind. So good luck. The cops and the prosecution would have nothing to go on. In a legal sense. All you guys can really do is stand there and watch me walk out of here. The law has never been very good about being flexible. The whole system is hollow. It can't judge who needs to be judged. It can't save who needs to be saved. I'll expose that. Every action I take serves that goal. As long as kids like Mitsuru continue to suffer out there, I'll do it for them. Even if it means I have to keep my hands dirty, I don't care. Goodbye. You're right about one thing. The law is hollow. As it stands now, the system does fail people. All the same. The law evolves. We have to make it better. But it takes time. And the work is never done. That's why. That's why as long as the law lets people fall through the cracks. I'm gonna be there. Except... I won't do it anything like you. We already know you're the one who snitched. You didn't think we'd find out. Come on, don't you have anything to say? You owe us an answer, don't you? I'm sorry. And there it is. I knew you were lying all along. You are a lying piece of shit, huh? What do you have to say for yourself? You think your apologies are gonna cut it? You're in deep shit, girl. And that's not how this fucking works. So look over here real quick. Say, I'm a bitch and a liar for the camera. Do it, or it's gonna get a lot worse. Whoa, isn't this gross? What are they doing to that poor girl? Three against one? That's so freaking weak. Pretty fucked up to gang up on her like that. Who said that? Shit. Come on, move it. You don't have to. You've got no reason to go with these guys. What the hell? Mind your own business, assholes. Do you really think we're the ones being assholes? Yeah, that's pretty rude. You guys gotta learn when it's time to give it a rest. Who the hell are you guys? Hey, you three. You need to leave. And stay away from that girl. Terrible kids. I'm so glad someone finally stood up for that young lady. I know. Aren't those serial high students? Hey, let's just go. Come on. Are you okay? I'm sorry. No, don't be. I'm sorry. Really. I just wish I had seen what was happening earlier. You'll be fine. So, to our breaking news. After an anonymous report, the Tokyo Metropolitan Police have announced the discovery of five murder victims. Found in areas across the country, all five victims have evidently been deceased for several years. According to the anonymous tip, the common thread between these victims is that they were all, at one time, accused of malicious school bullying. The police are working quickly to identify them, and an investigation task force is being launched immediately. This task force's first challenge will be to secure the cooperation of law enforcement across all of the prefectures involved. That's it, guys. That's it. That's it. That's it, guys. That's it with Lost Judgment. Whoo. Alter, ich musste mich ehrlich gesagt ganz kurz, ja, eine Art sammeln, ähm, was daherkommt, das Zielspiel, halt über die Zeit, ich weiß gar nicht, die Folgen wir jetzt haben, also jetzt gerade haben wir, ich muss mal eben echt selber nachgucken. Oh man, 173 Folgen, hab ich jetzt, ähm, aufgenommen, ohne diese 173, ohne diese Session, mit der Session finalig, ich weiß nicht, da haben wir auch 180, ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt schneide, ähm, aber auf jeden Fall eine lange, lange Zeit, und die lange, lange Zeit, muss ich sagen, äh, es war ein echt cooles Game, auf eine Art, war es ein echt geiles Game, und ich hab's sehr, sehr gerne geliebt, aber wenn ich gerade an diese, ich sag mal, Roboter-Club-Zeit erinnere, oder, äh, so, dass es jetzt mal, der ganze Schulkub sich in die Nähe gezogen hat, da verhalten ist schon immer echt anstrengend, so, also ich muss sagen, mein wahrer Spaß war dann nachher, so, wo das dann ja weg war mit dem Schulkub, wo ich die Story mochte, die Story mochte ich, es war nur so unheimlich lang, und, man hat da so viele Kämpfe jetzt eingebaut, und dann hat sich aber so gezogen, und so, ähm, das ist das Problem, ähm, und der, der, der Roboterclub, also echt, der war, der, der, der war so unterirdisch, der war so scheiße, oder, oder, oh, ne, nie, 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 nir, des ersten Teils teilstimmiger. Also, ich mochte den zeuglogischen Aspekt mit dem Mobbing. Das hat mir sehr gefallen und ich war auch sehr tief in der Story drin, als ich so in dem Suizid von Ehara-san, Sohn, geht in Mykoshiba war das, ne? Ich glaube ja. Also, Ehara-san, der Sohn, der Suizid begann hat, dieses Justizirrtum und dieses Justizbrechen, das fand ich super. Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Herbegriff, dass ichiblische 不focused bin. Pendant Nonnel Vortaten fest scene mit dem lazy植gal. Ich bin so generos!! Ich habe das Gefühl, J desiree zu sich zu overtaken. dass ich Danie Tibetan fühle, dich nicht bloß. Ich habe ein paar Sorgen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 der eine halt immer dagegen und wird halt immer weiter auflegen, dass die Justiz Fehler macht und das fand ich halt cool gemacht und auch dieser ganze ja, eigentlich durch ein Justizirrtum ist das alles entstanden, mehr oder weniger und so ist das ja so die passiert fand ich schon echt cool gemacht, auch die Story, dass er da Double hatte, war schon ganz cool, aber schon over the top also eine Mobbing-Story Hilfe, 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 ich muss auch sagen in Teilen, muss ich sagen, war die Story echt emotional echt traurig erzählt aber in Teilen, fand ich, würde ich sogar sagen, war die Story ersten Teils trauriger weil manchmal das Spiel so ein bisschen den Spagat nicht geschaffen zwischen, ja, will ich jetzt emotional sein will ich jetzt ein Action-Adventure-Spiel sein ich hab mich immer wie so ein Action-Adventure gefühlt wo man eine Story hat, die man so hat und man sich durchkügelt, manchmal ich hab immer so gefühlt, man war auch wieder so sehr tiefgründig, das konnte das Spiel aber nicht immer ganz halten, also weniger halten als bei Judgment, damit bin ich so entschlossen, ob jetzt die Story, welche Story mir besser gefallen hat, weil beide Storys geil sind, also Judgment hat das Geile der erste Teil, der mit dem Maulwurf, ne, der dann alle umbringt wo die Jakuza da mit den, mit den, mit den fehlenden Augen, man weiß nicht, wer der Maulwurf ist, der ist dann ein Polizist und da hast du einen coolen Antagonisten den man aber relativ schnell runtergekloppt kriegt, der eigentlich überhaupt nicht so gefährlich war am Ende des Tages zwar für die einzelnen, äh, einzelne als Serienkiller gefährlich war, aber im Endboss nicht, da fand ich ja den Endboss sehr stark mit, mit Soma krasser Kampf und dann nochmal Kuwana, alter Schwede, die Kämpfe war unheimlich krass und dieses, dieses letzte, dieses, dieses ganze Finale spiegelt dieses Spiel sehr wieder, dass man auch hier sehr in die unrealistische Richtung gegangen ist und der so, ja, hier haben wir jetzt hier Gegner, da haben wir jetzt das und das und das war schon okay, war schon cool also, war schon okay, ähm Freundin, eins von eins abgeschlossen, okay ja mhm, war schon okay muss auch sagen, das hat mir auch ganz, ganz gut gefallen mhm, darum finde ich, äh, die Story echt seine Vorteile von den Antagonisten hier wie die geschehen, fand ich sogar die hier besser Alter, da fand ich den Maulwurf halt cool aber ich fand den Maulwurf halt immer nur insofern halt geil weil der damals so, äh, wenn man nicht weiß, wer das ist, dann ist es schon ziemlich krass gemacht, wenn er da reinkommt und dann sieht man den auf einmal, man sieht in diesem Umhang und diesem, verschleiert so, dass man sein Gesicht nicht erkennt das ist schon cool gemacht bei den Judgment 1 Lost Judgment hat teils die besseren äh, Antagonisten, gerade persönlich, Soma fand ich unheimlich cool gemacht, unheimlich kaltblütig durchgehend aber nicht wahnsinnig immer kaltblütig, aber sehr intelligent, äh, sehr bedacht und auch mit seinem Tuch um die um, äh, dass er sich immer die Nase gehalten hat und mit seinem Messer gekämpft hat und und da sogar, ähm, ja einfach unfair gekämpft hat, ne also der hat ja einfach von hinten, äh Kytosan wieder gestochen einfach eiskalt der Wichser aber durchgehend das hätte ich ja wieder cooler gemacht es gibt halt Vorteile, dass das Spiel hat, was andere Game nicht so hat da hat das andere Game den Vorteil, was das nicht so hat also beides so ich weiß es ehrlich gesagt ich machte beides irgendwo aber ja ich kann nur sagen, mir hat es unheimlich Spaß gemacht und wir können mal aufs Schließen gehen ja, ja, wir spielen es halt acht, sieben Stunden und so, ja, ja gehen wir aufs Schließen ich kann legendär, ja, ja mhm, mhm, mhm und Geld erhalten mhm robben wir hier präsentiert bei Sega äh, ja da seht ihr morgen nochmal das Suryo Gargutu Studio äh, Lugo seht ihr morgen auch nochmal und wahrscheinlich weil ich meine echte die müssen halt mit dem Controller genau, das ist hier nochmal der Anfang alles war schon cool gut ja ja Kampfsystem war geiler und man merkt auch hier und darum habe ich das nochmal gespielt man merkt auch hier ähm 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 ich habe ja gerade Jaku Zafir auch gespielt äh und man merkt wirklich wie sie sich verbessert haben also gerade das Finale hier ist so viel cooler bei Jaku Zafir als es so ein komisches Trash-Finale ist und hier sich so viel gebessert haben sich so gemausert haben sich so konkurrenzfähig auch gemacht haben ich hoffe euch hat es auch Spaß gemacht nach dass sie sich wirklich mit anderen Titeln messen können das finde ich kann man hier sehr gut auch wenn der Europa da kacke ist den würde ich ja abziehen aber dennoch geht's ähm und auch mit den Spielen dass sie sich wirklich in eine Position entwickelt haben dass sie konkurrenzfähiger sind das ist so geil also ich mag diese Werderjagen von sehr viel Spaß gemacht ich hoffe euch hat es auch Spaß gemacht und hiermit verabschiede ich mich danke für die ganze Unterstützung ich hoffe euch hat diese lange Reise auch Spaß gemacht vielen vielen Dank für alles vielen Dank fürs dabei sein vielen vielen Dank für ja für die ganzen Abonnenten äh mittlerweile 394 ähm vielen vielen Dank für die Kommentare für die Likes für die ganzen Teilungen dass ihr die Videos auch teilt oder ein bisschen Bewerbung für macht und vielen vielen Dank ja morgen geht's dann weiter um 15 Uhr mit Sekai To-Files das letzte DLC das geht auch nur 7-8 Stunden das ist irgendwie ja hat so eine Länge von so einer Call of Duty die Kampagne naja bisschen länger ähm jetzt ungefähr zum Einordnen ähm ja da freu mich sehr drauf weil das soll so richtig cool sein soll richtig Spaß machen die Kai To-Files das soll ein richtig cooles Ding sein hab ich schon jetzt so oft gelesen oah Kai To man wusste gar nicht dass Kai To-San so ein cooler Charakter ist und dann können wir Kai To-san schon in dem Jager nehmen ich nicht ich bin nur Kai To-san das soll so unheimlich cool gemacht sein das soll mal um ihn gespielt haben ich bin sehr gespannt wie es wird morgen ich hoffe ihr auch äh bis dahin natürlich wenn ihr das Video seht hab ich bestimmt schon was aufgenommen davon ähm ich danke ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns bis dann bei Paris haut rein danke tschüss tschau vielen vielen Dank für die ganze Unterstützung war aufruf zu nur einschalten da geht es weiter tschüssi